so dann herzlich willkommen es hat ja es hieß ja nur anzählen von begrüßen hat niemand was gesagt dann ja genau dann weiter geht's der nächsten mission ich glaube den geht es nicht mehr so gut wir haben sinnvollsten kommen aber wie schön so brav da noch alle drin sitzen ja hier sind glaube ich boote gut dann fangen wir mal zu denen lassen wir uns mal nicht ausboten sondern ab zur insel nehmen wir das ganze linke hier ist auch noch ein waffen punkt dings gedöns und frauen gegnerische frauen der kann mal weg ich dachte schon der auf der treppe ist der gegner ja ich wollte ihn fast erschießen war eins drüber ich muss sagen mit dem sniper klappt ganz gut es macht ordentlich schaden und auch spaß muss man sagen genau ja das ist genau jetzt habe ich endlich mal ein größeres magazin für das gewehr könnte ich direkt schon als baue ich mir direkt mal ein moment waffen kiste war doch auch hier gerade und dann steuerkreuz nach oben normalerweise wenn du bis jetzt wird angezeigt was zu machen kannst mit dem was dem schalten kannst zum beispiel auch zwei suchen varianten ne tanzt ihr schön zu nicht vorhandener musik ja hier luxus boot das passt doch ich hoffe da können jetzt mehr wieder einsteigen nein also ich könnte hier drauf rumstehen gucken ob das neben das geht auch nicht obwohl ne ich hol mir mein eigenes boot dann was ist das mit boot geklautert hier wäre noch so hier wäre halt noch ein boot wo wir alle mitfahren könnten so ein kleines das steht ja schon unter wasser und wir sollen uns das rüberbringen das gehört so dann schauen wir wie das jetzt läuft langsam kloppt dann wieder runter deine snipe hängt ins wasser klasse doch deshalb ist dein lauf immer so sauber ich glaube die insel sieht aber auch wieder genauso aus wie die andere wo wir vorher waren ich habe noch ein kanko gegner könnt ihr den ausschalten ach so wir hatten schalldämpfer besser gewesen ja ich habe die falsche waffe ausgelegt ja ich habe die falsche waffe ausgelegt da ist er gut ja ja ich weiß leben nicht drauf schießen und links und rechts welche da oben ich bin vorher mit der drohne vorbeigeflogen ok ich krieg hier noch was angezeigt mg schützen ja den da oben kriege ich leider nicht so ganz von hier aus guck mal ein schmetterling hast du den ausgeschaltet da hinten dann hole ich mir mal den ok dann ja alter der hat echt alter meine güte trifft doch mal herrschaftszeit ja ok also du hast du jeder Helio du das Du scheiße. Das nur was deinem Läuer kann jetzt machen, ist sicher dass deine wille ist in Ordnung. Hey! Hold' jetzt! Wir machen das jetzt! Wie viel Geld willst du? 500.000? Ich kann das! Es ist einfach für mich! Du kennst du wer mein Vater? Ich schläft nicht mehr Geld, Zita. Ich arbeite für den US-Grovernementen. Wir spenden Billionen auf Hand Sanitizer alleine. Pferde, F***! Oh, das ist Buhlshit! Ich will mit meinem Läuer sprechen. Das haben wir doch! Das hatten wir doch gerade schon! Ja, ich bin für den US-Grovernementen. Wir spenden Billionen auf Hand Sanitizer alleine. Pferde, F***! Was willst du von mir? Ich will eine Liste der Namen. Für alle, die dein kleines Resort zu haben. Ich weiß nicht, Mann! Telo Hodo! Okay, Bidens! Du hast das nicht von mir bekommen! Aber alle die Gäste, die wir auf dem Server starten, okay? Okay! Gut! War ich ein! Sehr schön! Dann den Server finden! Wo ist denn das? Da unten? Äh, wo muss ein Hubschrauber? Ich bin schon dabei! Da ist aber noch was zu mitnehmen, sehe ich gerade. Oh Gott! Der deinen Namen trägt! Wo kam Himmels Welt? So! Das wär's! Äh, wo war jetzt der Heli? Der war da hinten! Okay! Die Gegner sind... Ja gut, ein paar noch da! Oh, hier ist auch noch ne... Ja, hier ist aber auch noch was zu mitnehmen, sehe ich gerade. Ein Dokument! Dokument! So, Nachschub! Ein Subdokument! Genau, das auch! Wo war vorhin so ein Stern? Der war da hinten in dem Haus, wo wir den Typen platt gemacht haben. Den habe ich, glaube ich, übersehen. Das kann gut sein. Ja, hol den da noch grad, dann geh ich schon mal zum... Ist das schön gemacht hier! Das mit den Felsen und wie hoch man da kommt auch. Ja, der hat da mal ein kleines Waffenarsenal. Hm. Qual der Wahl, nehmen wir den. Die Damm-Kleinste Spiele sind immer schön gemacht. Dann nimmt die jetzt einfach jeder seinen eigenen Heli. Ja, aber warum eigentlich nicht? So, markiert. Ihr könntet mich vielleicht einen abholen, dann muss ich nicht rauflaufen. Faule Socke. Ja, ich geh schon! Mann! Warte, ich bin da! Komm zurück! Ja, genau! Land einfach auf dem Dach! Na mich da hoch! Das war echt schön! Sieht echt hübscher aus! Und ich habe über 100 FPS! Yay! Ah, da hinten bist du! Ah, da hinten bist du! Kann ich so leicht hier zu landen? Puh! Jetzt dachte ich, jetzt kommt der Rote auf meinen Kopf! Das ist ein bisschen Angst, muss ich sagen! Ein bisschen Angst hatte ich jetzt! Ich überlege gerade, wie wir uns am sinnvollsten da anschleichen können! Mit dem Hubschrauber! Da so ein bisschen außerhalb vielleicht! Obwohl das eine ganze Menge geht! Von rechts vielleicht! Warst du springen? Wäre glaube ich echt eine Idee! Wir haben ja da einen Heli nachher! Na dann! Tschüss Heli! Ich dachte ich bin, du bist rausgesprungen! Oh, 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 oh! Nein! Nein! Puh! Scheiße, war das krass! So, Drohne! Bitte! Ah, hier ist wieder ein Störsender, glaube ich! Ja, gestört, ja! Da oben ist einer auf dem Dings drauf! Kriege ich den von hier aus? Wahrscheinlich ja nicht! Da habe ich eine zu schlechte Position! Schaucht mal rüber und umgeh die Sperre! Ich gucke mal, ob ich hier irgendwo hochkomme! Aber ich glaube, das war gar nicht so sinnvoll hier abzuspringen! Wer hätte denn die Idee mit ins Wasser springen? Ah, guck mal! Ne, leider nicht! Eine Nachtmission hatten wir lange nicht mehr! Pff, wir hatten heute lange nicht mehr Nacht! Aber hier gibt es auch wieder einiges zu holen! Oh, im Gegner! Mit einer Sub-Maschine-Gun! Wo hast du ihn? Der Sandbag in Placement! Tardier Nummer 2! Da! Und Baby macht 3! Er scheint aber alleine zu sein! Er ist tot! Eben im Rechten! Eben im Rechten! Okay! Drei! 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 Und unten ist jemand! Drei! Wo ist jemand? Ah, da! Wer hat die Granate geworfen? Ich nicht! lebst du noch ja gut hast du den anderen da fliegen kugel durch die gegend da oben ist jemand der ist weg das ist schön die nehme ich mich gerade mal ich gehe mal gucken ob ich den da unten mal wegkriege so dann gibt es hier noch einen punkt gute nacht zerlegt dann wird es gemeinsam drauf geschossen der ist ja hier hast du hier schon gesetzt wir müssen jetzt hier durchhalten drei minuten hubschrauber hubschrauber aua fuck die haben nicht sniper da drauf das ist nicht so schön beide ach so jetzt gibt es zwei hubschrauber mhm wer trifft mich denn hier auto hier ist weg mhm auto ist durch da sind noch zwei da ist das ist ein kill gewesen erst mal voll auf die auf den hubschrauber geschossen ah auf die treppe das war das war auf die treppe hubschrauber treppe ja das kann man mal verwechseln wir hatten gegner in der nehe ich glaube das war es wirklich jetzt mehr oder weniger oder wir sind einfach zu gut ja wie lange haben wir noch eine minute hat jemand von uns das merce gemacht ja ok ich glaube es kommt echt nichts mehr da gibt es Salat oh Salat ist gut aber richtig richtige Matschtextur Matschsalat visiert das mal an das Essen man sieht gar nicht was das ist visiert mal das Essen auch du kommst ja uh Abwechslung frag aus komm an die Kuleros Tango Dattel in somebody's cage Demo complete good to go I'm not even sure I want to know who's on that guest list the Bill de Berger person I'm not even sure I want to know who's on that guest list gut habt ihr den Fertigkeitspunkt da oben ja 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 bin ich wieder dein einziger der was hinten dran ist ja neue Brille frall geschaltet hier hier sehr gut dann können wir da noch schnell was markieren ich glaube wir haben das jetzt hier abgeschlossen die Ecke sehr gut schön passt wir haben nämlich auch gerade Zeit Ah ja genau dann holen wir uns das noch gerade schnell ich habe jetzt tatsächlich noch die Fähigkeiten von mir an weil jetzt haben wir doch viel zusammen gesammelt stimmt ja dann gucken wir uns machen wir ein bisschen länger äh C4 Fernglas Wärmebild wir haben halt nicht so viele Punkte das ist halt das Problem ja ich brauche mehr in Wissenschaft äh Waffen was sollen wir denn da stabilisieren kann ich nicht Munitionskörper CDL kann ich leider auch nicht Fahrzeugzerstörung brauche ich nicht unbedingt oha Ausdauer könnte ich machen ähm kein Schmerz lautloser Lauf der war ja auch nicht verkehrt wo habe ich viel Punkte mittlerweile naja ich setze immer wieder ein das ist bei mir ein bisschen ein Problem na komm machen wir die Ausdauer noch gerade das ist das was wir am wenigsten brauchen können verlängerte Zeitraum bis zum Tod während sie darauf warten wiederbelebt zu werden äh äh Granate verkehrt ne 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 ich glaube dann müssen wir demnächst mal noch mal ein paar Missionchen machen Drohne mache ich mal Drohne ich mache mal ein bisschen Drohnenpunkte noch Batterie ich habe jetzt das Fernglas ein bisschen erweitert so gut dann gebe ich den Rest mal doch noch in die Drohne ein äh aus oder für die Drohne aussuchen war es richtig gut ja dann wäre es das mal gewesen fürs Erste danke fürs Zuschauen bis dahin macht's gut und ciao ciao tschau 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 tschau